Herzlich Willkommen im Handelsleuten Asien überholt die Welt Nikkei und Hansen auf dem Vormarsch Lange Zeit investierten Anleger bevorzugt in den amerikanischen Leitindex Dow Jones, wodurch dieser eine starke Blase bildete. Vom nächsten Crash wird dieser voraussichtlich besonders hart getroffen. China holt wirtschaftlich stetig auf und Japan musste vor einigen Jahrzehnten einen schweren Crash hinnehmen, von dem sich der Nikkei bis heute nicht erholte. Chinesische und japanische Aktien besitzen Wachstumspotenzial, während sich Amerika bald in einer schweren Wirtschaftsphase befinden könnte. Zur Verdeutlichung legt sich das entsprechende Material bei. Ein kurzer Vers zum Abschluss Am Altbewerten festzuhalten tut nicht immer gut. In Regen beflügelt gelegentlich der Mut, neue Dinge auszutesten und neue Erfahrungen wertzuschätzen. Erobere neue Märkte, wenn der Alte ist bedient. Manchmal erfordert dies Härte, doch das kann dir dienen. Neue Schätze zu gewinnen und vielleicht sogar noch mehr zu verdienen. Achtung, dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen. Im Regen 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 Im Regen